Willkommen bei der Summoner's War Spotlight Serie, wo wir uns jedes beliebige Monster einmal genauer anschauen werden. Heute schauen wir uns das Lichtorakel Laima an. Hey meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Monster Spotlight. Und zwar sind wir heute auf dem Account von Solaire Ains, nehme ich mal an, ich hoffe. Und zwar muss ich einmal ganz kurz erklären, warum jetzt eine Laima kommt anstatt Fregatte, weil er eigentlich Fregatte in der Umfrage gewonnen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Umfrage war ein bisschen kacke von meiner Seite aus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da waren, ich weiß nicht, waren komische Monster dabei und nicht das, was man gewohnt ist. Und deswegen habe ich mir gesagt, gehen wir heute mal ein bisschen out of order, nehmen nochmal ein komplett anderes Monster. Wie gesagt, sorry, da ich jetzt nicht auf die Umfrage eingegangen bin, hat sich auch gerade sehr gut, naja, hat ganz gut gepasst heute, muss ich sagen, dass er mich heute, wie gestern, glaube ich, angeschrieben hatte. Und heute ist sowieso mein Aufnahmetag, da passt das sehr gut. Und deswegen heute Laima. Oben, wie gesagt, eine andere Umfrage, aber als Entschuldigung hauen wir ja mal natürlich mal fünf LD Monsters rein, weil ich merke schon, LD Monsters mögt ihr ein bisschen mehr. Und deswegen oben einmal schön abstimmen. Ich glaube, da sind jetzt Lichtdrache drin, was da noch drin, Dark Vampir ist da mit drin, was kann da noch drin sein, Liebli und sowas. Also da sind jetzt ein paar interessante LD Monsters mit drin. Einfach mal drauf schauen, falls ihr daran Interesse habt, was als nächstes kommen soll. Also, fangen wir einmal mit Laima an. Laima testen wir als allererstes mal im Szenario, wie immer eigentlich. Wir gehen einfach mal in ein Vulkan rein, also in Faiman. Hier ist Laima. Laima, fangen wir erstmal mit den Skills an. Ist auf Qual Wille geruhnt mit Speed, HP, HP. Mal leider noch 5-Star ruhen. Geht also noch ein bisschen mehr, was HP angeht. Finde ich sehr cool. Leider keine Max-Skills, aber sie ist halt auch ein Supporter. Und ein Supporter, da braucht kein Damage her, ja. Und das meiste wird hier auf Damage sein, wahrscheinlich. Müssten wir uns hier mal ganz kurz angucken. Eine Sekunde. Und vielleicht geht noch die Uplinkzeit ein bisschen runter. Aber es ist nichts Relevantes, sage ich mal. Ja, es ist jetzt nichts, was das Spotlight ein bisschen manipulieren würde oder so. Ich schätze mal, hier geht vielleicht noch, ja, hier geht die Uplinkzeit nochmal um eine Runde runter. Und hier nochmal um zwei. Aber um es zu zeigen, reicht es allemale. Deswegen schauen wir uns erstmal ganz kurz die Skills an. Eine Sekunde. Und zwar, auf den ersten verringene Zeit greift den Feind dreimal an und regeneriert jedes Mal, wenn der Angriff einen kritischen Treffer landet. 15% der Angriffsleiste. Das finde ich mega stark. Ist aber bei jedem Orakel der Fall, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wie es bei Juno ist. Ich meine, Juno hat das auch. Bei Gianna ist es safe, bei Praha ist es safe, Sierra ist auch safe, bei ihr ist es safe. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es bei Juno ist, aber ich meine, da ist es auch so. Dann Zukunftsvorhersage. Greift alle Feinde an, entfernt mit einer Chance von 80% stärkende Effekte und fügt der Anzahl entfernter stärkende Effekte entsprechend zwei Runden lang kaltierliche Schaden zu. Also, das ist wie bei Praha. Okay. Dann beginnt der Ende, Beginn und Ende. Entfernt die, entfernt die schädlichen Effekte aller Verbündete und macht sie für eine Runde lang unverwundbar und erholt ihre HP drei Runden lang um je 15%. Sprich, es ist auch ein Strip. Es ist sehr interessant, weil Laima sehr, sehr, sehr stark an Gianna erinnert. Nur, dass Gianna hier eine Bombe hat und keinen Strip hat. Sie hat so gesehen Double Strip plus, dass Gianna eher Stunt kann sie ja auch, wenn sie auf Qual ist, ist er, plus, dass sie noch eine Unverwundbar bufft und eine Genesung bufft. Ist interessant. Lida ist übrigens, er wird die Genauigkeit verbündeter Monster um 41%. Also, wir gehen auf jeden Fall in Feynman rein, weil die letzte Stage halt im besten Falle mit Buffs ist. Oh, Laima ist auch schneller als Galeone mal wieder. Zukunftsvorhersage war, genau, das sind halt so Sachen, die kann man am besten in der Arena testen, aber wir gehen nur standardmäßig durch. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen, also wir schauen uns das jetzt einmal ins Szenario an. Dann gehen wir natürlich in die Arena und so weiter. Also, machen wir mal Damage-Test und, beziehungsweise Crit-Test, beziehungsweise der Attack-Leiste auf ihn ohne Deathbreak und ohne Attack-Buff. Zack, zack, zack. Ja, ist im Standardbereich. Jetzt würde Galeone drankommen mit Deathbreak im besten Falle und natürlich der Attack-Buff. So, oh, guck mal, wir sind sogar nochmal dran. Oh, das ist jetzt interessant. Wir sind jetzt nochmal dran gekommen, weil, entweder weil die Monster zu langsam sind und wie zu schnell sind, oder weil wir gekrittet haben. Dasselbe Prinzip halt wie bei Dings, ne. Das lohnt sich halt jetzt noch nicht so viel zu machen. Wir machen es aber einmal durch Demonstrationszwecken. Nehmen wir jetzt einfach mal an. Ne, wobei das doof ist, das müssen wir am Ende testen. Beziehungsweise am besten in der Arena. Aber ich zeige es einmal. Zack. Ist halt nicht auf Damage gepolt, ist halt eher darauf gepolt zu strippen und im besten Falle natürlich noch zu buffen. Und den letzten Skill kann ich leider nicht zeigen, weil man kriegt nur Unverbundbarkeit und Genesung, wenn man was erfolgreich gestrippt hat. Deswegen gehen wir ja Russian Raids hier einmal ganz schnell durch. Bei der Galeone gefällt mir. Ich mag auch den Skin von Galeone, muss ich sagen. Das finde ich auch sehr cool. Ist auch einer meiner Favoriten Skins von den Piraten her, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, dass sowas nochmal zurückkommt, was man halt kaufen kann. Wobei man muss sagen, bei Galeone ist halt eher so Galeone-Fregatte, ne. Was so am meisten, wobei hier Dings Feuer auch noch ganz gut ist. So, jetzt müssen wir sie einmal buffen lassen im besten Falle. Wir schauen uns nochmal ganz kurz das hier an. Man sieht, Attack-Leiste, Attack-Leiste erhöht ist das selbe Prinzip wie bei Gianna. Wir machen schon mal einen Deathbreak drauf. Denn wir können zugleich auch nochmal den Dings testen. Ich hoffe, ja, da kommt der Buff. Perfekt. So, und jetzt sehen wir uns das Ganze... Warte, das soll ich mal ganz kurz schneller durch... Okay, wir sind gecuttet. Perfekt. Dadurch, dass wir die Attack-Leiste gepusht haben und sie halt relativ schnell ist. So, also, das ist... Oh, schädliche Effekte. Oh, ich sollte vielleicht besser lesen. Gut, dann testen wir halt den zweiten Skill. Dafür brauchen wir einen Deathbreak oder so. Dann würde das funktionieren. Okay, also, testen wir den zweiten. Müsste jetzt in der Theorie alles strippen plus Dots. Also das Ganze durch Dots ersetzen. Ist dasselbe Prinzip wie bei Praha. Zack. Perfekt. Sehr gut. Ich weiß nicht, den Damage habe ich jetzt nicht gesehen. Hier mit Deathbreak. Wow, 2000 mit Deathbreak. Habe ich das richtig gesehen? Das ist echt viel. Können wir hier nochmal einen Deathbreak draufhauen? Ja, jetzt müsste ich eigentlich dran sein. Genau. Wie viel macht die? Wow, okay. Das war kein Crit. Wow, okay. Wollte gerade sagen. Wow, hammerhart, Mann. Nochmal einen Deathbreak, bitte. Und jetzt bitte mal crippen. 1, 6, 6. Also 1, 2, 6, 6. Hm. Eben war, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, warum. Ah, vielleicht hatten wir noch Dings drauf, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Wir hatten vielleicht noch ein Attackbar-Ding da drauf. Okay, gut. Also, wir sehen, strippen ist halt ein Stripper. Ne? Ist halt ein Stripmonster. Ist an sich stark. So, jetzt schauen wir das Ganze natürlich erstmal in die Arena an. Weil in der Arena wird es natürlich am interessantesten sein. Ich suche jetzt mal einen Gegner raus. Oh, wow. Aha, da tut es mir schon wieder weh, wenn ich irgendwas verkacke. Aber ich suche mal was Schönes raus, was man am besten strippen kann. Und eventuell, wo wir ein paar Debuffs draufkriegen, dass man das mal testen kann. So. So, ich habe jetzt mal was rausgesucht. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert. Aber auf jeden Fall können wir hier relativ gut strippen. Ähm, ich bin jetzt nicht hier, um da zu gewinnen. Ja, ich bin hier, um zu zeigen. Ich hoffe, das ist mehr oder weniger allem bewusst. Also, erstmal Wusa. Wusa benutze ich sehr gerne, weil ich ihn selber nicht habe. Gut, wir können doppelt... Ne, wir können nur einmal strippen. Die Frage ist, die anderen Gegner sind natürlich sehr langsam, weil wir ja Psama jetzt als Lead dabei haben. Wir strippen jetzt einfach mal. Auch wenn das ein bisschen doof ist, weil Saphir Runden keine Gewalt ruhen. Ne, könnte ein bisschen kritisch werden mit Wusa und so. Ne, wir lassen mal den Strip. Ja, wir gehen einfach mal auf Theomars. Hoffen auf Stun. Ne, dann machen wir jetzt diesen hier. Erstmal schön hier Dings, ne. Deathbreak. Okay, nicht auf alle. Jetzt machen wir auf Psama. Machen wir einfach mal den. So, jetzt bin ich ja mal gleich gespannt. Wir hoffen... Ich hoffe eigentlich auf einen Dot, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf einen Dot, hoffe ich. Aber naja, so. Hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Oh, wieso gehen die denn auf Limer? Geh doch nicht auf Limer. Geh auf jemanden anders. Ich habe extra keinen hiermitgehörigen, weil ich jetzt nicht... Okay, jetzt könnten wir strippen. Aber warten wir auf Wusa. Ne, wir kommen jetzt strippen jetzt mal. Zack, okay. Das hat gut funktioniert. Ja, am liebsten würde ich ja Dings wegmachen, ne. Muss ich ganz ehrlich sagen. Am liebsten würde ich ja zuerst Theomars wegmachen, aber okay. So, das ist nicht unser Hauptaugenmerk eigentlich. Ja, das Ding ist, hier können wir nichts machen. Weil, äh... Es bringt nichts. Weil wir einfach, ne, keine Schildscheneffekte haben. Stun? Ne. Sleep? Ne. Kill? Ne. Kill? Perfekt. Ich habe eigentlich auf Dots gehofft. Ah, guck mal, jetzt haben wir... Entfernt die schädlichen Effekte. Wir haben jetzt einen Dot drauf. Entfernt alle von allen Verbündeten. Also sprich, wenn wir jetzt den Rika als Gegner hätten, wäre es nochmal wesentlich optimaler. Das wäre halt sehr cool gewesen. Kriegen jetzt Unbesiegbarkeit und Genesung. Für drei Runden müssten wir. Zack. Oh, oh. Da kriegt man auch so. Ja, das kann man ja auch mal besser sagen hier, ne. Perfekt. Ja, aber... Das Prinzip ist halt, er clanced halt, ne. Im besten Falle wird halt geclanced. Plus, es wird halt, ähm... Gedingstet. Gestrippt. Nicht gestrippt. Äh, man kriegt einen Buff. Genau, jetzt war ich voll durcheinander. Sorry. Also man wird gebufft. Oh, und man ist dann schön. Das ist halt das Perst dann. Oh, Sleep. Wow. Hammermann. Sieht man nicht so häufig bei... Äh, Woosa. Außer bei mir letztens im GK. Da wurde ich fünfmal hintereinander gesleebt. War geil. So. Also, wir sehen halt, den Damage nochmal auf Vero war okay. Ist halt aber heute ein Supporter. Ist jetzt nix, das worauf man Augenmerk legen sollte bei einer, äh, Leimer. Wow. Der Schaden. Strip können wir leider nicht. Dann kehren wir Vero. Also. Man hat halt gesehen, er, äh, sie... Ja, sie tut halt cleansen. Sprich, nimmt halt die schädlichen Effekte runter. Es müsste eigentlich egal sein, was für die schädlichen Effekte. Ob's, Deathbreak ist alles scheißegal. Ja, nehmen wir Rika als Beispiel. Rika... Ich hoffe, wir kriegen noch einen Rika als Gegner irgendwie. Aber ich hab nix Vernünftiges wirklich gefunden. Das war jetzt das Einzige, was ich wirklich gefunden habe. Hier ist auch eine Leimer als Gegner. Boah, warte mal. Ja, der... Wow. Hier bin ich so neidisch drauf, Mann. Aber naja. So, ich hab jetzt mal bei dem Team was zusammengestellt. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das Optimalste. Aber ich wollte mal ein bisschen, ein bisschen rumprobieren, ne? So, wir haben Woosa wieder mit. Weil Edna sonst nerven könnte. Wobei, ich glaub, sie kann's strippen. Aber ich glaub, nur auf Single. Ja. So, wir haben jetzt keinen wirklichen Buffer hier in diesem Team. Wir haben jetzt wirklich mal durchs Hack mit... Naja, wir haben Wille. Das ist vielleicht ein bisschen... Wir sollten vielleicht mal Woosa weglassen. Fällt mir gerade mal ein. Aber wir versuchen einfach mal... Ja, immerhin wird der gestunt. Perfekt. Machen wir einen Deathbreak drauf. Im besten Falle. Und gehen erstmal zuerst auf Edna. Ja, okay. Dafür muss ich erstmal drankommen. Oh, wir haben Stun drauf. Könnte man in der Theorie was... Oh, und... Ja... Das da... Oh, was klaut die denn jetzt ein? Alles. Ah, okay. Gut. Dann gehen wir zuerst auf Edna. Oh, perfekt. Pernaprock wie eh und je. Es ist immer keine schädlichen Effekte drauf. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir schädliche Effekte drauf haben. Können wir siehst du dann? Ne. Ah, der geht auf Perna. War klar. Ich war zuerst am Überlegen, Legmon mitzunehmen. Aber Legmon... Hm. Hatte noch nicht so krasse Ruhen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das gereicht hätte. Muss ich sagen. Können wir den... Bis zum Shield. Wir haben ein Ding drauf. Nehmen wir ihn in den Deathbreak runter. Komm, wir nehmen wir mal den Deathbreak runter. Dann zeig es. Wir kriegen eine Genesung plus eine Unbesiegbarkeit. Sehr cool eigentlich. Die kann ich schon wieder klauen. Holy Shit. Wie stark wurde die denn gebufft? Ich habe auch eine Sack mit. Aber ich finde die ehrlich gesagt immer noch relativ shit. Aber naja. Ich hätte vielleicht einen Deathbreak machen sollen. Vielleicht kriegen wir einen Stun hin. Nö. Hätten wir strippen können? Ne, ich glaube Abhängigkeit war noch nicht so hoch. Ich glaube nicht. Ah, jetzt haben wir genug Dunstern drauf. Und ich habe die schon weggemacht. Nein. Okay, dann strippen wir jetzt. Wow, oder auch nicht. Dann machen wir den. Weil Wooser Clans ja nicht. Und Laima müsste, glaube ich, eher drankommen. Ist nicht so schlimm. Der müsste nochmal wiederkommen. Nicht. Ach. Segment vergessen. Oh wow. Ich glaube das ist ein RIP. Holy Shit, Mann. Die Segment. Das ist ja der Hammer, Mann. Guckt euch das mal an. Wie oft kann die ein Clown? War das jetzt ein Clown? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatten wir das Schild schon weg? Nö. Perfekt. Stun. Und die Ablenkzeit. Ah, das ist halt ein bisschen der Nachteil noch. Weil der noch nicht Max-Skills ist. Die Ablenkzeit geht natürlich noch ein bisschen runter. Das merkt man ja zum Beispiel in der Arena schon sehr stark. Würde ich auf jeden Fall mal drauf bauen, irgendwann die Tage, also bei den nächsten Devil-Monts vielleicht mal zu geben. Bei ihr jetzt zu geben. Und das Ding ist, warum buffe ich überhaupt? Segment klaut die sowieso jede Runde. Gefühlt jede Runde. Eigentlich habe ich ja immer noch die Hoffnung. Ja, wir strippen mal. Eine Hoffnung, auch einen guten Stun auf Shazun hinzulegen. Ah, nice. Leider nicht gestunt. Aber wir haben eh keinen Deathbreak mehr. Können wir auch heilen. Ich glaube, das ist ein Endloskampf. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wenn es zu lange dauert, werde ich sowieso aufgeben. Weil einfach zu lange ist. Ja, wow. Das ist ein Endloskampf. Also wie gesagt, das beende ich jetzt hier mal. Könnte man vielleicht auch irgendwie gewinnen. Aber jetzt für ein Video ein bisschen. Brauchbar, ne? So, ich suche jetzt noch ein Team raus. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe kein wirkliches Dotter-Team gefunden. Aber ich hatte Bock noch trotzdem nochmal eine Runde zu spielen. Ich habe mir jetzt einfach mal sowas hier rausgesucht. Ich bin sogar schneller. Das ist ja schon schlecht für ihn, muss ich sagen. Aber, das ist echt etwas. Das hat mich jetzt mal interessiert. Leider, wie gesagt, kein Dotter-Team. Deswegen, naja, habe ich jetzt nichts wirklich gefunden. Wir können nochmal strippen. Gucken, was passiert. Joa, nicht so viel, muss ich sagen. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Deathbreak hoffentlich schön auf alle. Ja, alle aus der Galleone. Und jetzt machst du Peng. Und alle tot. Ach, das ist so schön, ne? Also, okay, ein Schein hätte vielleicht ein bisschen dotten können. Aber wir können es trotzdem nochmal zeigen. Hätten wir jetzt Dots drauf, wären sie weg. Plus Unbesiegbarkeit und Genesung. Ist echt stark, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Und, also, ja, würde ich auch nehmen, ne Laima. Würde nur, naja, hätte ich eine Schwester zu meiner Gianna. Wobei, Sierra würde, ich glaube, ist immer noch etwas, was mir, naja, ist immer noch so mein Most Wanted Monster, muss ich sagen. Aber Laima, sehr cool. Sehr cooles Monster. Gefällt mir sehr gut. Gut, ich würde sagen, wir sind durch. GZ auf jeden Fall zu Laima. Gefällt mir sehr gut. Sehr schönes Monster. Ansonsten, wie gesagt, vergesst oben die Umfrage nicht. Vielen Dank, dass ich auf deinen Account durfte und Laima testen durfte. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Und ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Kaut rein. Tschüss. Schatten weg. Lie distant in der Kamera . Mossade . Schatten weg. potion lên. Untertitelung des ZDF, 2020